denn auch ich kann mich nicht er sieht geil aus in nämlich gott die x80 proto arme schon der progen tyros mal gespannt bereit zum spielen so mit dem tun wir nicht ich bin bereit zum spiel nach drei sekunden angeblich so mal gucken wir ab ich war gleich mit der geiler schritte ok das funktioniert es war eigentlich schwer aber wenn man es dann ewig mit gefahr hat ja ich glaube das war mit springer oder so der in schweiz geht noch gleich runter abgerotzt abgerotzt scheiße Da ist jemand in der Kranre oder? Oh, die hat sich nicht mehr gemacht. Die hat nach dem Kranre geschmissen. Oh. Juhu! Verdammt! Boah, schon 13. Ich bin 15. Ich glaube, ich bin letztlich. Jetzt habe ich ihn in der Roller geschubst. Verdammt. Also wer die Strecke gemacht hat, echt Respekt, aber du hast schon ein bisschen... Was haben wir, Glatte? Verdammt. Vorbeigesprungen. Ich kann sagen, das klingt gut. Ja, wenn es will, ist es ja gut, aber... Wir müssen noch nie in Gefahr sind. Aber, wenn die Röhre schon wieder rüber war... Ja, ich habe sie als Griff geschafft. Ich hab da... Oh, der ist voll an mir vorbeigesprungen. Ich bin schon wieder auf den Kopf. Oh. Okay, also irgendwelche Besonderheiten für das Fahrzeug an sich ganz anscheinend wohl nicht? Nee, nee, ich glaube das ist nur... Oh, das ist ein Kegel. Ja, die sind jetzt auch. Kerner umgefahren. Früher war die auch ganz gut. Boah. Was zur Hölle, ey. Boah, nee. Abgerutzt. Vierzehnter. Scheiße. Ich bin gehe... Ich bin gehe... die Leibblanke Gefahr. 15. Boah, kacke. Dafür bin ich jetzt 13. Arrange. Boah, aber das ist ein Schreck, ey. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Nee, wenn du mal... Wenn du mal eine Langewelle hast, kann ich mal so Schreck äh... 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 Ich glaube ich springe jetzt vorbei, ey. Ich hab keine Ahnung, der von mir schlaht sich voll. Das sieht schon geil aus. Boah. Wuhuuu. Oh, aber ich komme ohne an. Aber... Ja, ich auch. Und da schlawier Trekschiff. Ah, schaffe man es da rein? Oh ja. Wo geht's denn jetzt hin? So, aber... Scheiße, die ich erst komplett verkackt. Uuhhhh... Im Zieeeel! Ich hab doch schon ne Spiegel, ja. Ja. Oh, ist das so jetzt da gern? Boah. Prozent wurde Strecke Scheiße Wuhu Läuft gar nix Mann war doch ganz geil rein nicht. Ne, eigentlich bin ich ein vorletzter Jo, super, danke Ja, du bist zwölf, ich auch